Herr Franz T. berichtete. Am 12. Juli war's. Ich lieg als ein Urlauber in der Steiermark auf einer Wiesen und hab mein kleines Transistorradio neben mir liegen und hör mir das Weltmeisterschaftspieldeutschland gegen Schweizer. Grad wie die Deutschen das vierte Gals schießen, kommt ein kleiner Hund daher, schnuppert umeinander, nimmt mein Radio in die Goschen und rennt davon. Na, ich springe auf, renne ihm nach, da will ich ihn beim Baum und will ihm den Radio wieder wegnehmen. Der Hund gibt ihm aber nicht her. Ich hör aus dem Lautsprecher, dass das Mädchen am Höhepunkt angelangt ist. Hau den Hund an in die Wampen, damit er's auslässt. Der Hund beilt mein Schell, lasst das Radio nicht aus. Im Lautsprecher dobt die Zuschauermenge, das fünfte Goh hängt in der Luft. Ich wirf mir neben dem Hund auf Dräht, drugg sein Kopf an mein rechtes Uhrwaschel, nur so, damit ich die spannendsten Spielminuten nicht versäme. In dem Moment pfeift der Schiedsrichter, der Hund erschreckt, lasst den Radio fallen und beißt mich ins Uhrwaschel. Ich in mein Schmerz reib er meine mit der Faust. Der Schiedsrichter schließt ein Spiel aus und der Hund rennt davon. Ich nimm mein Radio, holt er mein einbissene Uhrwaschel und geh zu meiner Decken zurück. Gerade wie die Schweizer das fünfte Bummerl kriegen, kommt er der Hundebesitzer daher ganz aufgeregt, wie wenn er ein Schweizer war und wird handgreiflich, weil ich angeblich seinen Hund gemattert hab. Na, ich hab nur gewartet, bis die Übertragung aus war. Dann hab ich den Mann in Notwärme aufs Auge gewichst, aufs Auge gehabt. Und jetzt geht er mir noch anzeigen, obwohl mir sein Hund die zweite Halbzeit total verbotzt hat. Die Verhandlung wurde vertagt. Der Hundebesitzer wird im Rechtshilfeweg einvernommen werden. Der Hundebesitzer wird im Rechtsgriff. Untertitelung des ZDF, 2020